Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Okay, Ihr Kind ist doch sicher mal mit einem Goldfisch in einer Plastiktüte, den es auf dem Jahrmarkt gewonnen hat, nach Hause gekommen. Sie wollten ihn nicht haben und haben ihn das Klo runtergespült. Tja, das kommt dabei raus. Ich werde langsam zu alt für sowas. Ich will gar nicht erst wissen, wie es dir dabei geht. Ich habe dir die Geheimnisse des Universums versprochen. Nicht mehr. Also gibt es ein paar Geheimnisse, von denen das Universum keine Ahnung hat? Kay! Kay! Es gibt hier kein Kay. Er ist bereits seit über 40 Jahren tot. Was? Irgendwie ist der Lauf der Geschichte verändert worden. Es muss einen Grund dafür geben und Kay scheint dabei, eine wichtige Rolle zu spielen. Sie schicken mich jetzt zurück ins Jahr 1969. Hier, nehmen Sie das. Jetzt müssen Sie nur noch springen. Ich spring doch nicht von diesem Wolkenkratzer. Sie springen durch die Zeit. Sie haben 24 Stunden. Sind die um, gibt es kein zurück. Kay? Woher kennen Sie meinen Namen? Ich bin ein Agent der Men in Black, aber ich komme aus der Zukunft. Wir sind Partner. Gut, Mann, aus der Zukunft. Wo geht's hin? Als erstes brauche ich meine Kanone. Nein, nein, nein. Die Space-Kanone. Habt ihr die auch in der Zukunft? Ja, genau so was meine ich. Uns läuft die Zeit davon. Uns gehen die Spuren aus. Und es droht eine Invasion. Wir müssen auf der Stelle los. Okay. Hey, Mann, wie alt sind Sie? 29. Oh. Stadtleben ist kein Landleben. ENDEEN Durchshade. illuminiere Musik subsequ기자 7 11